ich glaube die gäste können kommen wir haben alles vorbereitet wirklich super aus spitze ja es sieht wirklich sehr sehr gut aus hier haben wir dann so unseren buffettisch mit den getränken und kakao natürlich dem lieblingsgetränk vom geburtstagskind heute da in der küche steht auch noch was auf dem tisch genau die slush maschine steht auch da aber kohle habe ich da weggenommen also da zitrone ich glaube das reicht getränke sind dann auch fertig ich habe verschiedene schäulen besorgt also das sieht doch echt gut aus mir ist gerade aufgefallen da sind noch ein paar sachen die fehlen schreibt es mal bitte auf wir brauchen noch luftballons einmal du schreibst mich schon die ganze zeit heute mit ich erstens ich kann noch nicht so gut schreiben und zweitens ich habe gerade ein eis in der hand also das geht nicht aber julian wie kannst du dann schon das eis essen das ist doch gar nicht freigegeben erst wenn alle da sind heute ist mein geburtstag wie kannst du das nur so mit füßen treten boah emma chill doch mal ein bisschen ich verstehe gar nicht was dein problem ist heute ist doch dein geburtstag also erst mal herzlichen glückwunsch ich glaube ich habe dir noch gar nicht gratuliert und zweitens man darf doch spaß haben wir noch einiges zu tun mama ist jetzt alles vorbereitet haben wir genug kuchen und getränke ist alles abgewaschen wir brauchen nur noch besteck was ist mit servieten mama kümmerst du dich mal drum die ist voll anstrengend immer ganz ruhig wir haben alles vorbereitet es ist wirklich genug da alle werden versorgt sein und schau mal wir haben sogar ein bisschen dekoriert den kenne ich doch ist der aus dem einkaufszentrum ja immer den habe ich besorgt der hatte doch gestern so gut gefallen und da habe ich nachgefragt und wir durften den mitnehmen und müssen erst morgen zurückgeben das gefällt mir gut ist zwar noch kein weihnachten aber kann man auch zum geburtstag machen muss eigentlich papa der muss auch die bürger noch machen die müssen doch noch noch gebraten werden und dann muss das noch mit die brötchen rein und 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 emmerlein keine panik ich bin schon hier an der bürgerstation ist schon alles vorbereitet alles gut aber irgendwas fehlt doch noch das ist doch nicht alles ja ich kann dir sagen was fehlt emma der spaß fehlt ich gehe jetzt rutschen ist mir egal ich warte jetzt nicht auf die anderen ich bin heute der bademeister also ich darf heute entscheiden wer auf die rutsche darf und wenn ich und ich bin der erste ein vogel was ich rutsche immer noch ich rutsche immer noch oh wie riesig die ist oh man das macht so viel spaß direkt noch mal noch mal die rutsche die sonne nicht freigegeben wir wollten doch die rutsche alle zusammen ausprobieren ja können wir doch aber ich muss ja auch erst mal julian prüfen und ja krieg das juliansiegel es ist okay die anderen sind noch nicht da auch emma du übertreibst ein bisschen du hast doch heute geburtstag hat mal ein bisschen spaß du musst hier nicht alles organisieren das machen doch mama und papa schon ja ich hab geburtstag nicht du ach ja jetzt komm endlich aus dem pool wir müssen doch die luftballons machen das solltest du dir doch aufschreiben ja ok ok ich kann nicht schon ich komm schon oh ich glaube es hat geklingelt die ersten gäste sind da immer äh du julian warum machst du eigentlich deine badehose schon an äh ich bin heute bademeister also du bist auch nass ja ich war auch schon ich war auch schon rutschen ja ein bisschen aber ich bin bademeister das ist so aha bademeister auf einer geburtstagsparty ja klar natürlich natürlich und ich muss hier alles im blick haben was machen denn die anderen ihr habt wirklich erzählt dass ich heute geburtstag habe und das hat sie echt geglaubt ja oh die arme emma apropos emma wo ist die eigentlich und jester nun klar gefällt euch die party ja es ist super du schlafmütze es ist ganz ganz toll und diese rotze die ist die ist echt cool die ist ja richtig lang oh mein oh mein da will ich auf jeden Fall mal drauf aber ich darf bestimmt nicht alleine oh martin hier ist echt mächtig was los bei euch viele kinder ja es ist eine echt riesige party heute zum glück nicht alle unsere eigenen kinder julian was ist julian emma was hast du denn ist irgendwas passiert man wollte schon irgendjemand rutschen also nicht ohne meine erlaubnis nein aber was machen wir denn jetzt wie geht es jetzt weiter es muss doch jetzt irgendwas auf der party passieren was ist der nächste programpunkt aber macht ihr macht ihr keine sorgen also als erstes ja obwohl wenn ich jetzt alleine rutschen wollen ja okay ich habe eine idee hey alle man in die küche kommen jetzt gibt's eine runde topschlagen los hannah dave pia wo wollt ihr jetzt nicht auch hier vorbeischauen ach ne julian echt keine lust sowas machen wir nicht wir sind doch keine kleinkinder ja das was für babies wir können doch auch flaschendrehen spielen das ist eher was für uns und die kleinen die können unten bleiben flaschendrehen finde ich eigentlich ziemlich cool ich hole mal direkt eine flasche ihr könnt ja schon mal in hannahs zimmer ich bin als erstes dran ich drehe ja alles klar oh man ich glaube dave du bist dran dann nehme ich pflicht auf jeden fall also dave du musst jetzt runter gehen zu emma und ihren geburtstagsschmerzer geben okay solange es nicht julian ist habe ich überhaupt kein problem damit hey emma emma du ich hab dein geschenk schon für dich oh dave geschenke verteilen euch später dran noch nicht jetzt geschenk auspacken nein no geschenk was geht was krieg ich denn da komm mal hier in die kammer oh dankeschön dave das ist aber ein schönes geschenk kannst du das nochmal machen das war ja nur ein kurz ja später kriegst du deinen zweiten oh danke dave danke dave dass du uns gestört hast so jetzt wieder weg danke wartet mal leute wo ist denn eigentlich julius wo ist der der ist ja noch gar nicht da ja julian ich bin schon die ganze zeit hier ich war schon am grill bei deinem vater und jetzt haue ich mir ein eis rein wie du bist okay warte warte ich komme kurz ich komme ich könnte ja schon mal weiter spielen andreas du bist dran julius du warst wirklich neben mir die ganze zeit ja tut mir leid heute bin ich bademeister auf dieser geburtstagsparty du bist total beschäftigt ja julian wo willst du denn hin du musst doch hier das organisieren mit dem topf schlagen und so weißt du was richtig cool wäre julian wenn wir alle gemeinsam auf die rutsche gehen alle zusammen gleichzeitig ach julius das ist ja eine super idee da bin ich doch gleich drauf gekommen hey alle mal nach oben wir rutschen jetzt alle alle gleichzeitig los oh klasse idee oh man julian das will ich aber nicht ja ok leute ok also wir werden jetzt hier eine schlange bilden auch auf der rutsche und da werden wir alle gemeinsam rutschen ok ich hoffe das bricht nicht zusammen äh julian warum bist du eigentlich der einzige mit badeklamotten das ist unfair wir rutschen alle ins wasser mit klamotten oh ja stimmt du hast recht habt ihr denn gar keine badeklamotten dabei wobei ich glaube wir haben vergesst das in die einladung zu schreiben naja egal ja gut ich zieh mich um ich finde das total blöd jetzt hast du alle Gäste noch umholt ich muss mich umziehen aber wir haben doch gerade topfschlagen gespielt ja dann können wir doch gleich weiterspielen oh mann aber mach dir keine sorgen wir können gleich weiterspielen glaubt mir das ist eine richtig coole aktion Anna ich finde das wirklich nicht gut kannst du uns bitte was sagen zu hören der hört nicht auf mich ach warum denn Emma ich finde das ist auch eine richtig gute idee so alles klar ich bin dann soweit wer möchte dann als erstes rutschen oh mann Julian ich finde das nicht in Ordnung das haben wir so nicht besprochen und heute ist auch mein Geburtstag und nicht deiner ach Emma entspann dich doch jetzt mal ich glaub mir das wird richtig cool so wer möchte als erstes also falls keiner möchte dann gehe ich jetzt als erstes hier rutschen doch doch ich ja los auf geht's kommt und alle hinterher oh mann oh mann die rutsche ist hier schon richtig voll oh mann Julian komm schon komm runter soll ich auch rutschen okay 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 auf jeden Fall Emma los komm schon komm schon guck dir mal die rutsche an wie voll das ist und dann sind wir gleich mit Klamotten alle im Wasser das wird super lustig ich möchte nicht auf die rutsche ich geh lieber wieder nach unten und spiel mit Mama aber Emma guck doch mal wir sind alle die sind alle auf der rutsche guck mal wie witzig wie alle sind jetzt auf der rutsche ja los du Schlafmütze komm runter und dann sind wir auch da und Klamotten ja gut dann komm ich jetzt auch Julian dann lass aber Emma auch vor ja genau ich bin schließlich das Geburtstagskind und jetzt werden wir ein Weltrekord brechen im Rutschen endlich Emma endlich ja du darfst auch gerne vor los Emma ja ich komme vorsichtig da unten oh man jetzt bin ich jetzt bin ich aber dran Emma vorsichtig Julian bitte nicht zu spät Julius mach doch mal den Weg da unten frei es sind viel zu viele so und jetzt komme ich Geronimo ok Leute ich werde jetzt ins Wasser springen und ihr alle hinterher Julian das war total cool lass uns das nochmal machen nochmal nochmal ok noch ne Runde noch ne Runde und Emma was hab ich dir gesagt ist richtig cool oder aber jetzt mit unseren Klamotten nass aber ist egal ist ja dein Geburtstag das ist der tollste Geburtstag jemals super 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 ach hallo du wolltest mich erinnern an was denn? nächste Woche was soll denn da sein? ach Halloween ach die Kinder brauchen doch noch Kostüme hättest du mich jetzt nicht daran erinnert ich hätte das total vergessen ja tschüss oh man wir haben gar nicht mehr viel Zeit wir brauchen dringend Halloween Kostüme aber auf die schnelle welche nähen das kann ich nicht Julian Emma Hanna kommt mal runter bitte Julian ich stehe mich hier hin und du steigst dann auf meine Schultern ok Hanna aber du darfst dich nicht bewegen ok nein nein mach ich nicht ok Julian und wenn du dann auf Hannas Schultern bist dann komm ich auf deine Schultern ok 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 aber ganz ganz vorsichtig bitte Julian Hanna Emma was ist denn Mama? oh toll Mama wir wollten hier eine Menschenpyramide machen und jetzt störst du uns oh toll oh man eigentlich bin ich ganz froh dass Mama jetzt gerufen hat wer weiß ob das gut gegangen wäre was ist denn los Mama? was ist denn los? ja Mama was möchtest du denn wir haben gerade ein äh was ganz wichtiges hat mit zu tun ein Bauprojekt gestartet hm ich wollte eigentlich nur ähm sagen dass wir dringend noch Halloween Kostüme brauchen und ob ihr euch nicht welche besorgen möchtet oh ja darf ich mit Julian und Emma zum Kostümverleih gehen das können wir auch ganz alleine ohne dich Mama oh man klasse welches Kostüm suche ich mir denn aus als was soll ich denn gehen naja das wird auf jeden Fall das coolste Mama ich brauche ja kein Kostüm mehr ich habe ja schon mein Mumien Kostüm und dann gehe ich wieder als Taschengeld Mumie das habe ich mir fest vorgenommen das Kostüm von Emma ist aber ziemlich gut ja wer weiß ob wir auch so ein gutes Kostüm finden aber lass uns da einfach mal hingehen und schauen Mama kannst du uns noch Geld geben sonst können wir ja keine Kostüme kaufen ähm kaufen noch nicht ich denke sucht euch am besten erstmal eins aus und dann werde ich da nochmal alleine hingehen und euch das holen okay Leute ihr habt's gehört los geht's okay hm ich glaube hier muss das sein das ist der Kostümverleih und ihr habt gehört also wir kaufen nichts und bringen nicht den Laden durcheinander sonst bekomme ich Ärger von Mama naja ist ja gut hallo Kinder ähm wie kann ich euch helfen sucht ihr ein Kostüm wir suchen Kostüme für Halloween Kostüme haben wir wirklich reichlich ich bin mir aber nicht sicher ob wir auch Kinderkostüme haben aber ich denke die lassen sich schon irgendwie kürzen oder umschlagen äh was haben sie denn für Kostüme ist da auch was für uns dabei wir haben ganz viele Kostüme ich denke dir könnten ganz gut die Prinzessinnenkleider gefallen oder ja Prinzessinnen finde ich toll oh man oh man hier gibt es ja nur so Prinzessinnen und Königinnen Zeug oh man hier werde ich gar nichts finden was ist ja nur für Mädchen oh guck mal Emma die haben hier ganz viele Kronen und auch einen Zauberstab wenn ich als Prinzessin gehe brauche ich auf jeden Fall so einen Zauberstab dann bin ich jetzt Zauberprinzessin hm aber die Kostüme sind nicht grad gruselig ich dachte bei Halloween muss man irgendwas gruseliges machen so wie mein Kostüm die Taschengeldmumie vielleicht kannst du ja als hm Mumienprinzessin gehen oder so hm ne lieber nicht oh guck doch mal Emma die Kleider sind so schön ich will gar nichts gruseliges ich will was ganz magisches hm also wenn ich vielleicht als Magier oder Zauberer gehen könnte also da wäre ich auf jeden Fall dabei aber sonst als Prinzessin nö Julian komm schon zieh mal so ein Kleid an das steht dir bestimmt gut was nein einfach mal anprobieren eigentlich will ich das nicht okay 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 aber nur wenn ich das nicht kaufen muss dann ziehe ich das an so auswitz oh mein Gott wie sehe ich das aus also ich glaube als Mädchen wäre ich ziemlich hässlich das Kleid passt ja gar nicht Julian jetzt komm doch mal raus da aus der Umkleidekabine wir wollen dich auch sehen ich weiß nicht aber ich sehe aus wie so wie so ein richtig hässliches Mädchen also ich bin ja kein Mädchen ich sehe aus eigentlich ich meine einfach nur hässlich dieses Kleid passt mir nicht also Julian ich finde du siehst aus wie eine wunderschöne Prinzessin das steht dir wirklich gut ganz bestimmt nicht das solltest du nehmen nö Julian zum Glück bist du kein Mädchen naja so ein Kleid könntest du überhaupt nicht tragen und zum Glück bist du kein Junge das passt gar nicht ich finde das schön jetzt ist der Spaß aber vorbei ihr habt ja gut gelacht aber das ist nichts für mich ich will sowas nicht haben ach Manno ihr könnt ja hier bleiben hier in dieser Ecke ich suche mir mein eigenes Zeug vielleicht finde ich was richtig cooles äh hallo darf ich kurz was fragen ja gibt es hier nur so Prinzessinnen Zeug nichts für Jungs oder so ähm vielleicht schon wie wärs denn mit dieser Krone hier die könnte dir stehen die gehört zu einem König hm ich weiß ja nicht also ich kann es ja gerne mal aufsetzen aber ob das wirklich cool ist als König zu gehen ich weiß ja nicht und Hanna als was gehst du denn jetzt hast du schon was anprobiert wenn du als Prinzessin gehen willst musst du auf jeden Fall so ein Kleidchen mitnehmen das würde dir auch gut stehen aber vielleicht nicht das was Julian an hatte das ist jetzt schon verseucht ich find sowieso das Rosane hier viel schöner das probier ich mir mal an und Emma wie seh ich aus wie ne richtige Prinzessin oh ja Anna schön das sieht wirklich toll aus ist das nicht auch ein bisschen zu lang du triffst das auf ja ich hab da noch total viel Platz am Bauch also ich glaub das ist nicht meine Größe ich geh mal zu der Verkäuferin und frag ob die das nicht noch ein bisschen kleiner haben mit meiner Größe und der junge Herr gefällt dir das Kostüm äh ich weiß ja nicht also der letzte Schrei ist das jetzt nicht unbedingt also die Krone ist zwar schön und gut aber was soll ich denn da drunter anziehen als ob ich jetzt mit so einem Königsoutfit rumlaufe ich glaub nicht dass das was für mich ist also ich möchte nicht als König gehen sondern als irgendwas anderes hm als was anderes was haben wir denn noch da müsste ich mal nachschauen Halt äh Entschuldigung bevor sie weg gehen haben sie diesen Rocky vielleicht noch in einer anderen Größe oh man war ja klar Hanna ist wieder voll in ihrem Element hier mit Rosa Prinzessinnen und so aber das ist gar nicht mein Ding oh man wenn wir nur in irgend so einem anderen Laden also König Julian hört sich ja eigentlich richtig cool an aber ne ist nichts für mich ne danke also irgendwas muss ja doch noch sein was ich anziehen kann vielleicht irgend so ein Zombie Outfit oder so wobei ne Emma geht ja schon als Brumje Zombie oder irgendwie sowas oh was ist das denn das ist ja eine Kiste mit ganz vielen Sachen vielleicht finde ich da ja was hm das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus Detektiv Julian Holmes meldet sich zu Diensten hm was liegt denn da noch drinnen so den gleichen Rock haben wir leider nicht mehr in der Größe gehabt aber hier ist ein anderer ich denke der könnte dir passen oh cool ja den finde ich auch schön ich glaube da habe ich auch noch das passende Oberteil zu warte kurz oh ich sehe so schön aus oh toll das Kleid komm Emma wir gehen mal zu Julian ob der auch was gefunden hat der macht bestimmt Quatsch das sieht eigentlich noch am coolsten aus hier und Julian hast du irgendwas tolles gefunden? ja ich gehe als Mumie ja ja ich glaube das sieht ganz gut aus was nein Julian du kannst nicht als Mumie gehen das ist doch schon mein Kostüm das stimmt du bist auch eine Mumie das ist unfair das hast du nachgemacht kannst du dich was anderes anziehen nein du du hast es nachgemacht aber Emma dieses Mumien Kostüm steht mir doch viel besser als dir nein gibst doch zu los komm schon sei ehrlich oh man das riecht nach Ärger ich mache mich aus dem Staub ich zauber mich weg zum Glück habe ich mein Kostüm schreibt mal bitte in die Kommentare als was sollen wir uns verkleiden also ich bin mit meinen Prinzessinnenkleid zwar ganz zufrieden aber vielleicht lieber für Halloween irgendwas anderes habt ihr Ideen? gerne unten reinschreiben Julian du kannst du kurz aus sieh das aus oh ein Modeljob für einen Brautladen das macht immer besonders Spaß ich liebe diese Kleider wow das sieht super aus versuch mal eine andere Pose genau so also Andrea die Fotos sehen wirklich super aus aber eine Kleinigkeit die fehlt ja irgendwie noch was soll ich denn noch machen ich habe schon echt alles gegeben alle möglichen Posen also du kannst eigentlich nichts verbessern aber vielleicht wäre ein Blumenmädchen gar nicht schlecht ein kleines Mädchen mit einem Körbchen das Körbchen haben wir ja schon auch die Blumen und das Mädchen können sich dann einfach zu den Fotos dazu stellen was meinst du? ja das ist echt eine super Idee so ist es ja auch bei der Hochzeit vorne ein kleines Blumenmädchen und dann kommt erst die Braut hm und da fällt mir auch jemand ein hast du auch Playmobil & Stacks Topmodel Kids gesehen? na selbstverständlich habe ich das gesehen Andrea genau an das gleiche Mädchen habe ich auch gedacht ich werde sofort Raul und Gabi anrufen oh das Telefon klingelt wer ist da wohl dran? hm die Nummer kenne ich aber nicht hallo? Claudia Vogel hier? worum geht es nochmal genau? um einen Model Job? also dafür bin ich wirklich zu alt ach für Hanna ach so jetzt verstehe ich und dafür gibt es auch noch Geld? ich glaube da wird Hanna sich total drüber freuen ihr erster Model Job ob wir kommen? hm das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen ich muss das einmal ganz kurz mit meiner Tochter besprechen aber ansonsten sehen wir uns im Einkaufszentrum tschüss ich glaube Hanna wird ganz schön für an den Socken sein ich werde das sofort mit ihr besprechen hallo Mama was machst du denn? hallo Emma ich wollte gerade nach oben gehen zu Hanna sie bekommt einen Model Job Mama das kannst du direkt vergessen sie macht Hausaufgaben und will nicht gestört werden mich hat sie auch schon weggeschickt hm Mama wenn Hanna den Job den Model Job nicht macht kann ich den dann machen ich kann auch das machen was Hanna macht Emma ich glaube das geht nicht Hanna sollte schon diejenige sein die den Model Job macht Hanna? ach was denn jetzt schon wieder ich mach Hausaufgaben Entschuldigung dass ich dich stören muss aber ich habe gerade einen Anruf bekommen einen Anruf? was denn Mama? also im Einkaufszentrum von Playmobil City da findet gerade ein Brautmoden Fotoshooting statt und die brauchen auf jeden Fall noch ein kleines Mädchen als Blumenmädchen um Blumen zu streuen und da haben die an dich gedacht an mich? wirklich? also ich als Playmobil's Next Topmodel? genau weil du ja die Staffel gewonnen hast ja ich möchte das auf jeden Fall machen Mama bitte darf ich? hm hast du denn schon deine Hausaufgaben fertig? ja also ich bin grad fertig geworden na gut also von mir aus gerne dann wollen wir mal los juchu ich freue mich so ich komme auch mit vielleicht brauchen die mich auch Andrea du könntest schon mal das neue Outfit anprobieren und ähm Hanna kommt wirklich also das Blumenmädchen oh da freue ich mich aber also eine richtige Gewinnerin von einer Modelshow die lerne ich heute kennen persönlich schau mal passt das so mit dem Kleid und mit den Haaren? sieht super aus ähm Andrea könntest du einmal ganz kurz diesen Schleier ein bisschen anders legen? ah ok ein bisschen weiter nach rechts ne? ja genau ach da sagt ihr ja schon hallo ich bin Hanna ich bin die Fotografin Isabel schön dass das so schnell geklappt hat auch so spontan finde ich super ähm Hanna du könntest dich auch schon direkt eigentlich umziehen danke nochmal Frau Vogel oh man ja ich bin ich bin so aufgeregt also was soll ich denn jetzt machen? oh mit einem echten Model zusammen hallo Hanna ich bin Andrea also ich freue mich auch schon mit dir zusammen zu arbeiten oh man die ist echt niedlich und ich weiß noch ich war bei meinem ersten Job auch so aufgeregt Hanna ich hab dir da hinten schon ein paar Outfits zusammengelegt einfach das erste anziehen und rauskommen das war es eigentlich schon erstmal und wir beide Emma wir schauen hier von der Seite zu nicht dass wir die noch stören hm? nicht so schnell also ich muss doch erstmal wissen mit wem ich hier arbeite ich bin Andrea und du? ich bin Hanna Hanna Vogel Hanna hier hinten ähm hinter dieser Gardine da sind die Outfits Isabelle ich hab jetzt das erste Outfit angezogen soll ich rauskommen? genau Hanna einfach rauskommen wir wollen loslegen wir warten auf dich toll siehst du aus Hanna danke so jetzt fehlt eigentlich nur noch dieses Blumenkörbchen bitte schön soll ich die Blumen dann auch auf den Boden werfen? genau genau einfach schön lächeln gut so dann starten wir mal mit den Fotos sind alle bereit? super Hanna das haben wir jetzt schon mal im Kasten dann ähm zieh doch bitte das zweite Outfit an liegt das auch da hinten? ja oh wie aufregend ich sehe irgendwie total anders aus oh Hanna du siehst so schön aus ganz ganz toll so ich glaub wir sind durch für heute wir haben alles im Kasten super Leute danke schön Hanna für deinen ersten Job hast du das wirklich toll gemacht ein großes Lob wirklich? äh danke ja du bist ein richtiges Model ein Naturtalent oh da freu ich mich aber danke ach ja bevor ich es vergesse du bekommst ja noch deinen Lohn für deine gute Arbeit bitte schön Hanna oh ist das alles für mich? ja Hanna das hast du ganz toll gemacht oh das war so aufregend Emma das war echt toll ich hoffe ich bekomme noch weitere Modeljobs das hoffe ich auch und vielleicht darf ich da auch mal mitmachen hm was wollen wir denn spielen? hast du vielleicht eine Idee was wir noch mit dem Prinzessenschluss spielen können? also wenn du keine Idee hast man könnte ja noch einen Prinzen holen und dann kann der Prinz die Prinzessin heiraten oder da kommt ein Monster und dann muss der Prinz die Prinzessin befreien was du hast keine Lust dazu? warum denn nicht? also weißt du was wenn du da keine Lust zu hast dann habe ich auch keine Lust dazu ich suche mir wen anders zum spielen ja genau äh Julian was machst du denn da? ich bin am Tablet spiel gerade was was willst du denn Emma? hm ich wollte fragen ob wir nicht zusammen was spielen wollen es ist auch so schönes Wetter draußen wollen wir nicht lieber draußen was spielen? draußen? ja gerne das lass ich mir doch nicht zweimal sagen also du hättest jetzt gesagt spielen wir mit Puppen oder so hätte ich gesagt auf gar keinen Fall aber draußen? da bin ich dabei hm was können wir denn draußen machen? vielleicht auf den Spielplatz gehen was meinst du? ja wieso nicht? ja wir gehen auf den Spielplatz hey Mama du was machst du da? wir wollen dich eigentlich nur kurz was fragen oh Kinder erschreckt mich doch nicht so was gibt's denn? oh sorry ja wir wollten eigentlich nur fragen ob wir auf den Spielplatz dürfen ja genau nur Julian und ich können wir bitte? bitte also von mir aus gerne aber seit Mitte bis 6 wieder zurück also da gibt's Abendessen wenn's langsam so dunkel wird komm bitte wieder zurück oh ja das wird cool Julian nur wir beide auf dem Spielplatz mal wieder aber Julian und Emma bitte nehmt euch noch was zu trinken mit und vielleicht auch eine Kleinigkeit zu essen tschüss Mama wir sind dann weg tschüss alles klar viel Spaß mhm Emma Emma ich hab da ne Idee wir lassen wir mal heute auf einen anderen Spielplatz gehen ach das wird total toll der ist auch meistens nicht so voll der andere Spielplatz da sind wir auch nicht so häufig alles klar auf geht's mhm was ist das denn? Julian guck mal da liegt was jetzt komm was denn? Emma trödel nicht rum schau doch mal was da liegt unterm Baum was denn? mhm ich glaub das sind Eier ja hä das stimmt aber ich hab jetzt keinen Hunger und außerdem wie kommen die eigentlich hier hin was suchen die hier sind doch gar keine Hühner oder so mhm vielleicht sind die vom Vogelnest oder so runtergefallen da vom Baum siehst du da eins? mhm ich sehe auch keine Vögel mhm Emma ich kann mich wenn du würdest mal ein bisschen umschauen vielleicht sind hier irgendwelche Vögel oder so oder Vögelnester ja wir sind auch Vögel komisch und solange eure Eltern noch nicht da sind müssen wir hier auch mit euch warten also tut mir leid ich sehe hier keinen einzigen Vogel oder Vogelnester keine Chance und normalerweise müssen die Eier ja von diesem Baum gefallen sein also ne ich glaub ich sehe hier nichts hier nur ein paar Gebüsche und so nö mhm was machen wir denn jetzt Julian mit den Eiern? also essen möchte ich die nicht wir können die jetzt hier aber auch nicht alleine lassen Emma wir sollten die mitnehmen meinst du? mhm Emma dreh dich mal um mhm ich tu diese Eier jetzt ganz ganz vorsichtig in deinen Rucksack ok sooo rein damit ok jetzt sind alle drin ich muss jetzt ganz vorsichtig sein nicht dass die kaputt geht genau so am besten Julian gehen wir jetzt wieder nach Hause weil wir müssen die Eier nach Hause bringen ja stimmt aber stopp 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 was ist? wir haben jetzt vergessen also wenn wir jetzt wieder zu Hause sind dann weißt doch mal dass wir nicht auf dem Spielplatz waren das geht doch nicht dann nein nein wir müssen jetzt zum Spielplatz irgendwie Emma das muss unser Geheimnis bleiben ok das darf man mal nicht wissen auf gar keinen Fall ok na gut Julian dann gehen wir jetzt lieber zum Spielplatz und dann gehen wir aber nach Hause alles klar Emma machen wir aus dem Spielplatz jetzt aber erstmal oh man Julian ich find's hier auf dem Spielplatz total langweilig so denn das kann doch nicht dein Ernst sein wir sind hier auf dem Spielplatz und ich schutz dich sogar hier an auf diesem Ding und du sagst dir das langweilig da passt doch irgendwas nicht ich hab aber keine Lust mehr auf Schaukeln ich möchte lieber gucken wie es den Eiern geht vielleicht sind die ja schon geschlüpft können wir nicht wieder nach Hause gehen Julian jetzt waren wir doch schon auf dem Spielplatz ja gut ja gut aber Emma das war das letzte Mal dass ich dich mit auf dem Spielplatz nehme mit dir macht das gar keinen Spaß du willst ja direkt wieder nach Hause Emma gib mir mal deinen Rucksack ok und guck mal wie es den Eiern geht aber ganz vorsichtig ok sie sind schon mal nicht zerbrochen ne die sehen noch aus wie vorher hat sich noch nichts getan mhm mhm aber vielleicht müssen wir irgendwas mit den Eiern machen ihr habt gehört man muss die wärmen weil bei Hühnern und auch bei Vögeln da sitzen die auf den Eiern drauf aber wenn wir das machen dann gehen die Eier kaputt weil wir viel zu schwer sind deswegen müssen wir irgendwie was anderes haben damit wir sie wärmen können oh man ich hab da letztes noch so ein Video gesehen also dafür brauchen wir eine Lampe ich hol mal gerade eine ok damit sollte es klappen weil diese diese Lampe ne die ist für die Wärme zuständig damit die schön warm bleiben die Eier und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten bis die Eier schlüpfen und wie lange müssen wir denn warten oh ich weiß nicht vielleicht ein paar Tage hm ein paar Tage so lange bleibe ich hier auf jeden Fall nicht sitzen weil ich muss ja auch manchmal was essen und schlafen und Pipi und Julian sag mal wir wissen ja auch gar nicht was in den Eiern drin ist was ist wenn das hm keine Vögel sind oder irgendwas anderes ach stimmt stimmt vielleicht sind das ja Dinos also Dino Eier oder Krokodile oder so oh man das wäre mal richtig cool was nein keine Krokodile ich hab Angst vor Krokodilen auch vor Dinos Julian das musst du auch nicht machen ich hab jetzt schon Angst Hallo und herzlich willkommen zu einem 5 Arten von Video und heute 5 Arten von Bilou Nutzern hm hier das ist mein Bilou und das riecht so gut viele Leute lieben Bilou und es gibt ganz ganz viele verschiedene Nutzer von Bilou und einer davon bin ich ich benutze immer nur ganz ganz wenig und bin ganz vorsichtig damit ich gebe eine ganz kleine Portion auf meine Hand weil ich möchte ja nicht dass das sie direkt auf braucht und dass ich dann schon wieder Neues brauche also bei mir hält das ganz ganz lange oh und wenn ich dann eine Portion in meiner Hand habe dann kann ich das einfach genießen dann kann ich mich in die Badewanne legen und riechen und mich damit einschäumen Anna was ist denn mit dir los warum liegst du denn mit Klamotten in der Badewanne sag mal hast du irgendwas Falsches gegessen oder so ah du hast Bilou hier her damit oh her damit Julian das ist meins nö ich schau mich damit ein bis zum geht nicht mehr auch Julian nicht alles auf einmal aufbrauchen ja Pech also ich bin der Typ ich liebe es ganz ganz viel Bilou zu benutzen so wie jetzt haha oh man das sind dann die Verschwender Julian das ist meins fang mich doch fang mich doch haha oh jetzt konnte ich es ihm grad wieder abnehmen das ist echt blöd wenn der so viel auf einmal benutzt und nun kommen wir auch schon zum dritten Bilou Nutzer Pia oh da steht ja eine Bilou Flasche oh da muss ich direkt dran riechen hmmm komm Pia lass uns doch lieber zusammen spielen einen Moment Anna ich muss einfach noch ganz kurz dran riechen hmmm das macht echt süchtig ich muss es die ganze Zeit riechen das riecht so gut oh man Pia macht mich wahnsinnig Pia gehört zu den Leuten die ständig an Bilou riechen müssen und dann kommen wir auch schon zu unserer Nummer 4 Emma wo ist mein Bilou was denn was ich kann das nicht was soll das sein also ich weiß überhaupt nicht was du meinst hast du vielleicht also mein Bilou also das ist zum zum duschen hm duschkeh steht doch im Badezimmer also hier hinter mir das ist auf gar keinen Fall Emma und was ist das dann hier hey das gehört mir du bist ein Dieb bin ich nicht ich hab mir das nur ausgeliehen hm nächstes Mal muss ich mir ein besseres Versteck suchen damit sie das nicht findet Emma die Bilou Diebe die kann ich gar nicht gut leiden also Pia du nimmst es nochmal ich kann sie ja nächstes Mal unter meiner Bettdecke verstecken ich glaub das wär gut und dann kommen wir auch schon zu Nummer 5 dem heimlichen Bilou Nutzer also anfangs war ich ja gar nicht überzeugt von diesem Ding hier aber mittlerweile das riecht ja richtig gut oh man wenn Papa wüsste dass ich ihn beobachte das darf Hanna Julian Emma und Claudia aber nicht erfahren das dürfen die nicht erfahren aber ich glaub beim nächsten Mal benutze ich das einfach mal riecht so toll Papa was machst du da ich bin auf Klo Mensch was machst du denn hier Hanna ich sitz hier auf Toilette könntest du bitte den Raum verlassen also das ist ja unfassbar ich hab's genau gesehen Papa keine Privatsphäre puh das ist ja gerade nochmal gut gegangen ich glaube sie hat es nicht gesehen das war's schon 5 Arten von Bilou Nutzern die die wie ich nur ganz wenig benutzen die wie Julian ständig ganz viel benutzen die wie Pia immer daran riechen müssen oder wie Emma immer mal einen Bilou klauen müssen oder Papa der es einfach nicht zugibt dass er Bilou mag kennt ihr vielleicht auch jemanden der so ist wie die Leute die ich euch gerade gezeigt hab wenn ja schreibt es gerne unten in die Kommentare Tschüss eure Hanna Vogel Hola und herzlich willkommen zur ersten Folge von meiner neuen Show Playmobil's Shopping Girl hier werden heute 5 interessante Kandidatinnen zusammen kommen und eine von ihnen geht dann heute los zum shoppen findet hoffentlich ein tolles Outfit und die anderen können das dann bewerten und am Ende der Show also in ein paar Wochen werden wir dann das neue Shopping Girl von Playmobil City haben wir haben hier ein gemütliches kleines Studio und hier werden gleich unsere Kandidatinnen Platz nehmen begrüßt mit mir Tonja Helena Shirin Maike und Esra willkommen in der Show seid ihr schon aufgeregt? nehm doch Platz Mädels wir haben doch hier gemütliche Plätze also ich kann mich auf gar keinen Fall hinsetzen ich bin so aufgeregt ich muss die ganze Zeit auf der Stelle tippeln ich bin auch total nervös na gut ihr Lieben dann will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen unser Thema ist heute ein Outfit für eine Party und die erste ist heute die Shirin Shirin du wirst gleich von deiner Shopping Begleitung abgeholt und dann geht es los zum shoppen ein Outfit für eine Party? hm dann lege ich mal los hoffentlich finde ich was Shirin hat jetzt 2 Stunden Zeit und 200 Euro zur Verfügung und kann sich ein tolles Outfit zusammenstellen und ihr vier ihr könnt in der Zeit ein bisschen in Shirins Wohnung rumstöbern ach toll dann sehen wir uns mal um Mädels oh Shirin wohnt oben im Dachgeschoss sieht ja gemütlich aus hier oh wow sie hat so viele Klamotten sie ist ja richtig shopping süchtig glaube ich könnt ihr einen Schritt schneller gehen ich kann auch gar nichts sehen ich bin so gespannt was sie für ihren Klamotten Geschmack hat wow das sind mega schöne Kleider und schöne Röcke finde ich auch total hübsch ob mir dieses rote Kleid wohl stehen würde ich glaube rot ist gar nicht meine Farbe ich stehe ja total auf knallige Farben also ähm dieses grüne Kleid hier wird mir gefallen also irgendwie gefällt mir hier ihre Wohnung ich finde sie auch ganz schön aber ein bisschen kahl irgendwie ich hätte die Wände auf jeden Fall geschwitten stimmt ein bisschen Deko fehlt auch noch ja ja hey Leute hier ich hab noch einen Kleiderschrank gedeckt wollen wir mal gucken was da noch drin ist ja zeig mal her mach mal auf was ist denn da drin hey was meint ihr zu dem Kleid also ich glaub rot steht mir nicht aber soll ich das vielleicht einfach mal anprobieren oder guck doch mal äh wäre das nicht ein bisschen dreist jetzt hier ihre Klamotten anzuprobieren echt wieso ich mein sind die Kleider nicht dafür da so wir sind jetzt im Playmobil City Shopping Center angekommen ich hab die 200 Euro zwei Stunden Zeit und ich denke wir können starten achso das ist übrigens meine Shopping Begleitung hallo das ist Cassandra wir kennen uns aus der Schule also schon ganz ganz lange ewig lange sind wir schon Freunde ne aber du Chirin also die Zeit läuft lass uns lieber schnell starten und was schönes für dich finden ja wir haben keine Zeit zu verlieren also ein Party Outfit müssen wir ja finden genau äh laufen die zwei Stunden jetzt eigentlich schon ab? ja los komm schon oh 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 schau dir mal dieses Kleid an ich denke das wird dir gut stehen ja und guck mal nur 39 Euro dann hättest du echt noch viel übrig also wenn ich das Kleid nehmen würde hätte ich noch 160 Euro also 161 Euro für Schuhe und auch noch eine Handtasche und Accessoires genau und noch für dein Styling du musst ja auch noch zum Fusor ach ja stimmt also ich würde vorschlagen du gehst einfach in die Umkleidekabine und ich bring dir ein paar Kleider rein und die probierst du dann an super Cassandra oh wo bleibt sie denn also irgendwie dauert es hier ziemlich lange wir haben nicht so viel Zeit ich werde ein bisschen panisch oh jetzt habe ich endlich das Kleid in deiner Größe gefunden hier ist es oh man 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 ich bin echt gespannt Sherin bist du schon hast du es schon angezogen? noch nicht aber gleich komm doch da mal richtig raus damit ich dich sehen kann oh ja also wie gefällt es dir denn? irgendwie gefällt es mir überhaupt nicht aber Cassandra sag mal hast du das Kleid ja von der Schaufensterpuppe genommen? äh ja das war das einzige deiner Größe ach so dann suche ich mal weiter zieh dich schnell wieder um ich habe da hinten ein ganz schönes blaues Kleid entdeckt was hältst du denn von blau? gerne probiere ich gerne an dann hole ich dir das jetzt mhm oh hier ist es das war auch in deiner Größe da also ab rein damit oh wow komm mal raus komm schau dich mal im Spiegel an und wie sehe ich aus? echt richtig schön ich finde die Farbe steht dir total gut ich glaube das nehme ich das gefällt mir echt gut das sitzt wie 1a meinst du da gibt es noch irgendwelche Accessoires dazu? die brauche ich auf jeden Fall noch da schauen wir gleich nach komm also ich würde das Kleid auf jeden Fall zu einer Party tragen aber ob das die anderen Kandidatinnen auch so sehen? nachher kriege ich schlechte Punkte egal ich bin davon überzeugt also ich würde dir dafür eine glatte 10 geben ja? danke Cassandra das ist lieb dann lass uns doch am besten noch schnell nach einer Handtasche schauen komm mal hier vorne hingucken da habe ich ein paar Sachen entdeckt hier gibt es richtig schönen Haarschmuck und Ketten und so oh die Handtasche die würde glaube ich gut zu meinem Kleid passen oder? genau das ist eine richtig also die gleiche Farbe irgendwie und wie teuer ist die Handtasche? also diese Handtasche hier die kostet 19,95 aber Cassandra wie teuer war denn eigentlich das Kleid? äh das Kleid das kostet 99 Euro 99? aber das ist auch echt tolle Qualität oh man dann habe ich ja nur noch knapp 80 Euro für den Rest oh ich bin sehr gespannt ob Sherin diese Handtasche nimmt ich finde die würde sehr gut zu dem Kleid passen hm aber wie sich wohl die Haare machen wird oh man Mädels wir haben jetzt echt hier alles durchforstet den Kleiderschrank, die Kleiderstange das machen wir nun als nächstes puh weiß ich nicht gibt sie vielleicht noch irgendwie was zu essen oder zu trinken? hm ich glaube sie hat gar nichts zu essen für uns vorbereitet vielleicht hat sie das in der Aufregung vergessen ach nicht so wichtig ich denke wir können auch danach noch was essen gehen hm waren wir denn schon sonst im Rest der Wohnung? oh man die anderen Kandidatinnen sind gar schon neugierig die suchen echt alles durch in der Wohnung von Sherin aber naja wir schauen mal was Sherin als nächstes macht so wir haben nur noch wenig Zeit jetzt gehts noch schnell zum Friseur und Make-up und dann sind wir eigentlich auch schon fertig oh man Sherin ich bin so stolz auf dich also du wirst auf jeden Fall gewinnen du siehst so toll aus in dem Kleid und wie machst du denn jetzt die Haare noch? äh hallo wir sind hier von der Show Shopping Girl haben sie vielleicht einen Termin gerade frei? ach ja die Show von der habe ich gehört na klar setzt euch hin also hier ist schon mal der Friseurstuhl frei und hast du dir irgendwas besonderes vorgestellt für deine Haare? ähm irgendeinen besonderen Stil oder soll ich einfach machen? ich würde sonst eine Frisur machen die zu deinem Kleid passt was du gerade an hast das ist doch dein Outfit oder? ja genau ich habe auch nur noch 80 Euro ähm könnten sie mir dafür die Haare machen und auch schminken? wow Sherin du siehst so toll aus total verändert oh die Frisur steht dir richtig gut guck doch mal in den Spiegel Sherin oh man das sieht so gut aus wow das sieht ja total anders aus gefällt mir richtig gut und passt auch schön zu dem Kleid also wie die Haare so hängen toll na dann würde ich sagen ich bin fertig für den Laufsteg und ich werde mein Outfit gut präsentieren mal sehen was die anderen sagen und wir haben auch alles unter 2 Stunden geschafft super dann äh vielen Dank für den Besuch und ich drücke euch die Daumen ich werde die Show dann im Fernsehen gucken oh Sherin ab jetzt musst du alleine weiter aber es hat mir viel Spaß gemacht deine Shopping Begleitung zu sein danke nochmal Cassandra viel Glück lass dich drücken danke schön und dir eine gute Heimreise so ihr Lieben es sind 2 Stunden vergangen und alle Kandidatinnen haben sich wieder hier eingefunden bei uns im Studio die 4 Mädels waren in der Wohnung von Sherin und Sherin die war unterwegs in Playmobil City und hat sich ein Outfit zusammengestellt oh was wird sie wohl tragen ich bin so gespannt vielleicht ein Kleid oder vielleicht auch eine Hose und Laufsteg frei für Sherin puh ein Schritt vor den anderen Sätzen ganz langsam sonst fall ich noch über das lange Kleid schon komisch auf so einem Laufsteg zu sein alle gucken mich an Sherin das machst du super ich bin jetzt mal gespannt was die anderen dazu sagen ob denen das wohl gefällt mein Outfit ähm Sherin ich finde dein Outfit wirklich toll aber hattest du den Armreif nicht schon vorhin und auch die Schuhe die sind doch nicht neu ja stimmt ich glaube dafür sollte es Punktabzug geben ich dachte wir sollen alles neu kaufen jetzt kommen wir schon zur Punktewertung also überlegt euch wie viele Punkte wollt ihr Sherin geben also eine Zahl von 0 bis 10 10 ist besonders gut 0 ist besonders schlecht und sagt jetzt bitte welche Punktzahl soll Sherin von euch bekommen also Sherin für dein heutiges Outfit würde ich dir 7 Punkte geben weil du eben keine neuen Schuhe hattest und auch keinen neuen Armreif aber ansonsten finde ich das Outfit wirklich schön oh also ich finde deine Haare total toll Sherin ich finde du hast das richtig richtig gut gemacht und insgesamt das Outfit sieht einfach toll aus aber einen kleinen Punktabzug muss ich dir dann wohl auch geben wegen der Klamotten die du einfach anbehalten hast ich gebe dir dann 9 Punkte also mir gefällt das überhaupt nicht ich muss ehrlich sein also ich finde das Kleid steht dir einfach nicht der Schnitt steht dir nicht die Farbe steht dir nicht die neue Frisur finde ich auch blöd also du hast dich bemüht aber also von mir gibt es nur 5 Punkte also für eine Party kann man das wirklich super tragen das Kleid steht dir gut passt total zu deinem Typ und auch die neuen Haare sehen wirklich toll aus ich würde dir 8 Punkte geben also das wären dann 29 Punkte in den nächsten Wochen werden jetzt noch die anderen Mädels shoppen gehen und ganz am Ende gebe ich dann meine Punkte bekannt wer also unser Playmobil Shopping Girl wird das steht noch in den Sternen wenn ihr weitere Folgen sehen möchtet gerne einen Daumen nach oben da lassen und schreibt auch mal in die Kommentare welche Punkte hättet ihr Sherin gegeben also bis zum nächsten Mal bei Playmobil Shopping Girl Tschüss ja Mama es ist alles in Ordnung du brauchst dir keine Sorgen zu machen die Kinder essen auch genug und Martin und ich auch kein Problem die Katzen sind auch noch da ich glaube Julian möchte auch mal mit seiner Oma reden Julian Julian Oma möchte mit dir reden ich muss irgendwas tun Julian soll ich mich verletzen oder so oh nein dann muss ich wieder ins Krankenhaus ich weiß ich weiß ich stelle mich einfach tot ja ja ich bin jetzt nicht mehr da ich bin jetzt weg von dieser Welt Julian Julian was liegst du da auf dem Boden Oma möchte mit dir reden los Julian ist nicht mehr da nur noch der Geist von Julian und der möchte nicht mit Oma reden Julian jetzt mach hier keinen Quatsch deine Oma wartet am Telefon das ist unfreundlich also ich stell dir das Telefon einfach dahin und Oma lass sie bitte nicht zu lange warten oh klasse das hat ja gar nichts gebracht oh man jetzt muss ich wirklich mit Oma reden wobei ich könnte ja so tun als wäre ich gar nicht Julian ich könnte ja Oma veräppeln so ein Telefonstreich oh man die wird auf jeden Fall drauf reinfallen ja hallo hier ist der Sergej der Sergej fairlich ja da haben sie sich verwöhlt die hat sogar geglaubt sehr gefährlich Sergej fairlich oh man oh man ich hab ne Idee Emma Emma bist du da komm mal rüber komm mal rüber ich hab was vor Julian was ist denn ich hab grad mit meinen Puppen gespielt ich kann mich doch nicht auf zwei Sachen konzentrieren Emma weißt du was gerade passiert ist Oma war am Telefon und ich hab einen Telefonstreich gemacht und sie ist drauf reingefallen und weißt du was wir jetzt machen wir rufen mal bei unseren Freunden an und da machen wir genau das gleiche ach Julian ist Oma immer noch dran ich telefoniere immer gerne mit Oma das find ich das find ich klasse wenn wir andere Leute verappeln aber nicht nochmal Oma andere Leute ich hol kurz was zu essen und zu trinken das sollte dauern okay alles klar ich überleg schon mal wen wir anrufen können so ich hab alles schon mal hier hingestellt essen und trinken dann können wir jetzt loslegen mit dem Telefonstreichen los aber den Kakao hier vorne den kannst du nicht haben den hab ich mir schon gesichert ja ist ja gut das will ich auch gar nicht los komm jetzt oh der fällt mir ein normalerweise wählen ja Hanna Papa oder Mama die Nummer immer für mich aber da sind auch Nummern eingespeichert ja aber ich kann das doch noch nicht lesen richtig ich weiß aber auf welche Tasten ich drücken muss wenn ich jemanden anrufe wie zum Beispiel Sarah da weiß ich das noch okay dann rufen wir jetzt erst Sarah an los wähl ja aber warte warte ich muss mir erst ein Telefonstreich überlegen warte warte vielleicht wieder ein witziger Name ja ja ich hab's ich hab's ich hab's oh es klingelt es klingelt okay äh äh hallo kann ich kann ich bitte mit dem Herrn Reich sprechen ja bitte Herr Reich ist hier nicht also hier ist Sarah äh ich möchte mit dem Herrn Frank Reich reden ja mit dem Frank Reich mein Papa heißt nicht Frank also Papa ist auch nicht da aber der heißt nicht Frank du wurdest veräppelt Frank Reich ahahaha oh Mann oh Mann das war ja richtig klasse oh ho 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 oh Emma wir müssen weitermachen ja los hm wen könnten wir denn jetzt noch anrufen wer fällt mir denn noch ein wo kenne ich dann nochmal die Tastenkombination hm also ich kenne keine Telefonnummern auswendig aber ich weiß dass Hannas Handynummer hier eingespeichert ist ja stimmt stimmt da muss man zwei Knöpfe drücken ja ja genau ich weiß auch welche ich mach das und du telefonierst jetzt okay es klingelt es klingelt ich hab die Nummer gewählt jetzt okay äh hallo äh ich möchte gerne Herrn Toffel sprechen mhm hier ist Hanna Vogel also Herr Toffel ist hier nicht da haben sie sich woher wählt na ich bin mir sicher Herr äh Karl Toffel mhm Karl mein Papa ist Martin na Kartoffel den wollte ich sprechen ha 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 Emma sie hat aufgelegt sie hat aufgelegt oh man sie hat's wirklich geglaubt oh ho ho so jetzt bin ich nochmal dran jetzt bin ich nochmal dran okay oh Emma Emma warte warte ich kenne noch die Nummer von Julius warte ich will nur kurz ja guck mal an okay es klingelt es klingelt oh jetzt rennt es äh hallo ich wollte nur sagen dass sich die 5 Familienpizzen ein bisschen verspäten werden ne dass sie da Bescheid wissen äh was wie bitte hier ist Julius mit wem sprech ich denn da ich hab keine Pizza bestellt äh hier ist die Pizzeria Diablo und äh ich wollte nur sagen dass sich die 5 Pizzen verspäten werden bis später wir haben Pizzen hallo ha 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 das hab ich geglaubt ich glaub der denkt jetzt die bekommen Pizzen nach Hause oh man oh man das macht so viel Spaß oh Julian ich hab ne richtig witzige Idee wir können Mama anrufen ihre Nummer ist auch da drin auf ihrem Handy oh klar natürlich natürlich oh man oh man ich glaub Mama ist auch gerade unten also wir müssen ein bisschen leise sprechen okay so ich ruf sie dann man ich glaub hier ist die muss auch irgendwo gespeichert sein wenn man auf diese Tasse drückt oh es klingelt es klingelt äh ja hallo spreche ich mit äh Frau Vogel ja das ist richtig Claudia Vogel äh ich wollte ich bin hier vor ne schöne Reisen äh und ich wollt sagen äh ich wollte nur kurz mit ihnen die Buchungsnummer nochmal durchgehen für ihre neue Reise die müssen sie nur nochmal bestätigen und dann können sie wegfliegen die nächsten Tage bitte Buchungsnummer? äh ja ich gib weiter an meine Kollegin Moment ich hab überhaupt nichts da voll Mama veräppelt oh die hat's geglaubt die hat's geglaubt ich glaub die denk jetzt fahren wir in Urlaub? äh schön wär's nein leider nicht hallo also ich habe nichts gebucht wir fahren nicht in den Urlaub äh doch doch das 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 sie fliegen in Urlaub bald aber die Stimme kenn ich doch Julian? oh nein Mama hat's gemerkt oh oh jetzt gibt's richtig Ärger nein hier ist kein Julian ich kenne keinen Julian wir sind hier von schönen Reisen na aber das kommt mir doch sehr seltsam vor und übrigens Julian ich kann die Nummer hier auf dem Telefon sehen die ruft von zuhause an äh wie was? Mann oh Mann Emma wir sind aufgeflogen wir sind aufgeflogen äh nein äh das war alles deine Idee Julian jetzt lass den Quatsch ich komm jetzt nach oben das gibt ganz schön Ärger glaube ich Mama ist richtig sauer auf uns äh nein nein warte warte äh ach ich hab mich verwehlt entschuldigen sie bitte äh ich wollte eine andere Frau Vogel anrufen tschüss Julian und Emma was treibt ihr denn hier ah Mama Mama wir haben grad nur oh was macht denn das Telefon hier in meiner Hand oh keine Ahnung Emma wir haben gepiknickt hast du mir das in die Hand gegeben Emma was machst du denn das ist nur ein Spieltelefon das ist kein richtiges ihr seid richtiges Schlaumeier was sollt ihr das mit dem Telefon streichen habt ihr noch mehr Leute angerufen das die Nummer sieht man doch auf dem Display wie wie Mama man sieht das ist ey Emma dann habt ihr ja gesehen wer angerufen hat oh oh ach ihr beiden die Nummer sieht man auf jeden Fall dann werden die sicherlich euch zurückrufen ihr könnt ja sehen was dann passiert oh oh äh ich geh auf jeden Fall nicht mehr ans Telefon äh ich auch nicht äh tschüss ich leg mich jetzt hin mhm Mama ich mag den Film da ist dieser Esel der ist lustig und auch mit dem Kater und da ist auch dieses grüne Monster aber da hab ich keine Angst vor der ist auch lustig das freut mich dass dir der Film gefällt Mama Mama bitte hilf mir Mama Julian was ist denn los Mama du musst mir helfen bitte bitte komm bitte das ist bestimmt wieder ein Streich von Julian ich guck jetzt meinen Film weiter Julian ist alles in Ordnung bei dir was ist denn los hast du Schmerzen Mama ich fühl mich gar nicht gut mir tut alles weh also ich glaube ich bin richtig krank ich kann kaum aufstehen ich bin so ich bin so schlapp ich kann gar nichts mehr machen was fehlt dir denn Julian lass dich mal ansehen ich fühl mich gar nicht gut Mama ich glaube ich muss für immer ins Krankenhaus für immer hast du auch Fieber Mama ich glaub das wird nichts mehr ich glaub ich kann nicht mehr aufstehen ich fühl mich so krank oh Gott auf meine Arme kleiner und Mama was ist meine Hand meine Finger die tun sowas von weh so einen Schmerz hatte ich noch nie guck dir das mal an also ich kann jetzt nicht guck mal Mama guck mal ich seh nichts auffälliges deine Hand ist vollkommen in Ordnung Mama ich sag nur reingeguckt 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 ja du hast in meine Hand reingeguckt ja und ja ja das heißt ich darf dir jetzt einmal auf die Schulter boxen los komm her au vorher reingeguckt Julian was ist los mit dir oh Mann Mama warum gehst du das denn nicht ich dachte du seist krank war das schon wieder so ein dämlicher Streich von dir du hast mir den Schrecken gemacht ja tu mir leid Mama wenn du das nicht merkst oh hm wen könnte ich dann vielleicht noch hier veräppeln ah ich weiß ich weiß hm na kleine Pia ach alles gut oder bist du müde was ist los Julian Hanna wir müssen mal reden mir gehts gar nicht gut also ich weiß nicht Julian weinst du und Mann was ist denn ein bisschen ich muss mit dir reden bitte du musst mir helfen ich bin sowas von verzweifelt Hanna warum denn Julian ich bin sowas von verliebt und es tut verliebt du es tut in meinem Herzen so weh ja ja und du kennst dich bestimmt damit aus ne hm ob ich mich damit auskenne ich weiß nicht aber ich glaub du hast Liebeskummer Julian hm du armer kleiner oh Mann die glaubt mir das ja wirklich äh ja ja meine Liebe wird wird nicht erwidert ja ach Mensch Julian das tut mir echt leid ich versuch dir zu helfen und ich hol uns noch ein warmes Getränk das hilft oft da bin ich mal gespannt ob das wirklich weiterhilft wenn sie reinguckt Julian erzähl doch mal um wen gehts denn also also trink mal ein bisschen Kakao das tut gut okay danke danke also es geht um Mia und ich mag sie wirklich aber ich glaub sie mag mich nicht gar nicht mehr und das tut so weh ich weiß einfach nicht mehr weiter aber Julian ich glaube ich glaube Mia mag dich also sie hat mir das auch schon mal gesagt irgendwann sie das doch die mag dich total gerne ich weiß nicht das weiß ich nicht aber weißt du was ich weiß dass es hier weh tut genau hier hier musst du hingucken Hanna guck doch mal wie war's wo äh dein Herz tut weh äh ja ja aber guck mal was vor dem Herz ist ähm wie meinst du deine meinst du deine Hand ja und Hanna ich würd mal sagen reingeguckt ah ha 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 wofür gibt's jetzt ein Box auf die Schulter was ist denn los denn wie hast du gar keinen Liebeskummer was ich niemals niemals oh man oh man das kennst du nicht und ich dachte du kennst das von der Schule du hast ja vorher reingeguckt oh man oh man oh man oh man Julian das tat echt weh und ich dachte du hättest wirklich Liebeskummer ich wollte dir helfen aber du wolltest dich natürlich nur wieder reinlegen das hat ja voll gut geklappt ich wette bei Emma klappt das auch oh man was ist das denn Emma guck mal guck mal Julian ich muss grad hier den Film gucken das ist spannend ich hab jetzt keine Zeit aber Emma Emma guck doch mal auf meine Hand guck doch mal guck doch mal ich hab ne riesige Spinne auf meiner Hand geh aus dem Bild Julian jetzt wo du schon mal hier bist ich muss dir noch was sagen Emma guck doch mal was denn schon lange dafür musst du einmal kurz hier her schauen was wie da muss ich dir was zeigen reingeguckt oh was nein 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 ich hab da nicht reingeguckt nö hab ich nicht nö ich muss sagen das ist doof das ist voll doof ne ich hab nicht reingeguckt Julian hat reingeguckt nein hab ich nicht hab ich nicht ne ich mag dieses Spiel nicht ich bin noch nicht fertig mit dir du kriegst noch einen Boxer von mir nein ich werd mich jetzt hier verstecken und wenn Julian vom Badezimmer kommt dann sag ich buh und dann erschreckt er sich hoffentlich ich tu so als wär ich's nicht gewesen oh Mann oh Mann ihr stinkt das aber ziemlich ich sag das war Papa ja hm was gibt's denn hier zum Frühstück eigentlich heute buh hä äh gesundheit Emma hast du was ist denn los mit dir hä wolltest du mich erschrecken oder was ja klar du das musst du aber noch üben hm so wird das nichts ich hab mich extra versteckt und dann hab ich Guru gesagt und du hast dich gar nicht erschreckt nö also Emma hättest du dein Kostüm an dann hätte ich mich vielleicht ein bisschen erschrocken aber auch nur ein bisschen weil ich weiß ja auch dass du das mittlerweile bist aber ich glaub du solltest noch ein bisschen üben hm wie soll man das denn üben jemanden zu erschrecken gibt's da irgendwie ne Schule oder Unterricht für obwohl das ist gar keine schlechte Idee irgendwo müssen doch das die Monster das lernen wie man Leute erschreckt die können das doch nicht von vornherein das muss man üben da steht bestimmt was im Internet zu nehm mal Julians Tablet aber ich kann weder lesen noch schreiben hm hm wen frage ich den Julian kann ich nicht fragen weil der kann auch nicht lesen und auch nicht schreiben ich frag Hanna die hilft mir bestimmt weiter Hanna Emma pst ich hab grad Pia auf dem Arm Hanna ich wollte dich was fragen und zwar kannst du mir mit dem Tablet helfen du musst was im Internet suchen ja Emma mach ich aber ich muss erst Pia zurück ins Gehege setzen ist ja gut kleine Pia keine Angst so Emma was soll ich suchen sag schon hm gib mal da ins Internet gib mal ein äh Monsterschule Playmobil City Monsterschule na gut kann ich hier eingeben oh da kommt sogar ein Treffer Sonntag hier in Playmobil City in der Grundschule in meiner Grundschule um 11 Uhr oh das ist ja spitze das ist ja schon morgen oh super danke Hanna äh das war es auch schon mehr wollte ich gar nicht wissen Monsterschule komisch naja aber wenn ich jetzt hier das Tablet schon hab von Julian dann werde ich doch ein bisschen da dran bleiben der gibt mir das ja sonst nicht und wenn ich morgen zur Monsterschule gehe dann nehme ich auf jeden Fall mein Kostüm mit damit ich unter den ganzen Monstern nicht auffalle nachher sehen die dass ich Emma bin hm oh man ich bin so aufgeregt wie ist das wohl in der Monsterschule aber das ist erst morgen schluss 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 Emmalein bist du schon wach Emma ja Mama ich bin schon wach was gibt's denn also wenn das so ist dann kannst du dich ja schon langsam fertig machen wir wollen gleich frühstücken also raus aus den Federn oh ich hab's fast vergessen heute ist ja auch Monsterschule also ich kann auf jeden Fall nicht mein Kostüm jetzt schon anziehen dann gucken mich alle komisch an ich muss irgendwie das Kostüm verstecken hm dann könnte ich ja Julians Rucksack nehmen da stopp ich dann das Kostüm rein und dann nehme ich auch noch Mamas roten Lippenstift und das schmiert mir wieder ins Gesicht so alles gut verstauen und dann bin ich eigentlich vorbereitet für die Monsterschule juhu high five hm mir ist gar keiner der einschlagen kann egal uuuh Emma kommst du dann runter frühstücken Hanna du auch ja Mama ich komme hm ich kann ja gar nicht alleine zur Monsterschule gehen das fällt total auf ich bin auch zu klein ich muss irgendjemanden haben der mich da hinbringt aber die sollen das nicht rum erzählen ja ich komme Mama hm Hanna ich wollte dich was fragen was denn ja ich habe Hunger und nein du bekommst mein Brötchen und meinen Kakao heute nicht nein Hanna das wollte ich gar nicht fragen ich wollte fragen ob du mich äh gleich zur Monsterschule bringen kannst das habe ich dir doch gestern schon erzählt das ist äh ach ja ja Monsterschule bei mir in der Grundschule äh was ist das überhaupt äh das ist ähm zu Halloween damit Kinder lernen wie man sich schminkt also das ist für ganz kleine Kinder nur das ist nichts für dich aber du kannst mich da ruhig hinbringen hm du Mama heute habe ich nicht so viel Zeit zum Frühstücken das muss alles ganz schnell gehen ach ja wieso Emma wo willst du denn hin äh ich wollte heute in die äh in die Monsterschule äh ich bring sie schon hin also das ist so Halloween Kinderschminken also bei mir in der Grundschule ich geh da mit genau Hanna macht das das klingt super dann wünsche ich dir ganz viel Spaß Emma und Hanna hol sie dann bitte auch wieder ab so Emma da sind wir in meiner Grundschule dann ganz viel Spaß bei der Monsterschule danke ich hol dich dann in zwei Stunden wieder ab 11 bis 13 Uhr ging das doch oder ja genau hm um 13 Uhr ich hab zwar keine Uhr aber der Lehrer wird schon wissen wann es vorbei ist aber bevor ich jetzt in den Klassenraum gehe muss ich mich auf jeden Fall umziehen nicht dass die anderen denken dass ich kein Monster wäre ich bin ein wascheißig echtes Monster eine Taschengeldmonie hm die werden staunen hm tadaa und schon bin ich nicht mehr Emma Vogel oh ich kann kaum was sehen ich bin so gespannt auf die anderen Monster oh oh hier sind ja richtige Monster und da hinten ist auch Frankie den kenn ich schon oh ich hab ganz weiche Knie hier so ich glaube das kommt sonst lieber ich glaube das wärs hier setzt euch dann mal aha 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 das sollen also die Monster von morgen sein naja na gut ich bin der Herr Knochen euer Monsterlehrer hier für heute warum Herr Knochen könnt ihr direkt hier sehen so ihr habt doch bestimmt einen Namen oder und ihr müsst auch eine besondere Fähigkeit haben als Monster und das sagt ihr mir jetzt euren Namen und eure Fähigkeit los du hier vorne du fängst bitte sofort an äh ich? hm also ich bin Emma Vogel ich bin ach nee das bin ich ja nicht hm ich bin die Taschengeldmumie ich äh bestehe hauptsächlich aus äh Klopapier hm und ich äh hole mir von Leuten also vor allem von Kindern das Taschengeld aus Klopapier bestehst du hast du gesagt oh Mann oh Mann ich hab es nur mit Anfängern zu tun aber das war ja klar und jetzt du sofort verrat mir deine Namen und deine Fähigkeit äh ich bin äh Frankie äh ich bin äh grün aha ja das seh ich äh das kommt von zu viel Spinat essen sagt Mama oh Mann auch das ist keine Fähigkeit nur weil du Spinat gegessen hast oh Mann oh Mann was für Anfänger hm ich find den echt lustig diesen Herr Knochen der ist echt super äh du hast du etwa da grad über mich gelacht äh äh das werd ich natürlich nie machen hm als Monster hat man gar nix zu lachen höchstens zu gruseln oh ihr beiden ihr seid verdächtig still für Monster wer seid ihr denn? äh äh hallo ich 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 bin und äh und äh ich ess drecke ganz gerne Leute ja äh das glaub ich meine Fähigkeit das kann doch nicht wahr sein es wird immer schlimmer hier in der Monsterschule was ist das nur für eine Generation von Monstern hallo hä ich bin die Draculena und ich bin mega gruselig das ist meine Eigenschaft oh oh man von dir soll ich Angst haben oder biegen sich ja meine Knochen vor Verzweiflung was ist das nur für eine klasse blutige Anfänger sage ich da nur wir haben da noch einiges vor mit euch ihr müsst jede Woche zu dieser Schule erscheinen damit das klar ist was oh man die Monsterschule ist echt total lustig ich finde die Leute richtig cool und der Lehrer erst so habe ich mir die Schule immer schon vorgestellt Julian schau doch mal der Typ redet mit einem Volleyball ja der auf der Insel Julian Julian oh ich glaube der schläft schon war ja klar bei diesem Film der schläft immer wieder ein erst sagt er will den Film gucken und dann oh man Julian stehst du bitte auf Julian ich kann den doch jetzt nicht in seinem Bett drangen der ist doch viel zu schwer Julian stehst du bitte auf Julian nein Papa nur noch fünf Minuten bitte ich will nicht in die Kita ich glaube der wird nicht mehr wach wenn er schon sowas erzählt naja gut dann muss ich mal versuchen ihn ins Bett zu tragen oh Gott Julian wie schwer bist du denn geworden oh man oh man das war aber das letzte Mal dass ich das mache ich kriege noch einen Hexenschuss oder so Papa vielleicht noch einen Gute-Nacht-Kuss bitte Julian was ist mit dir denn los ab ins Bett loswärts oh meine Arme tun voll weh Julian du solltest vielleicht nicht so viel frühstücken oder auch Mittagessen oder auch Abendessen das solltest du dir abgewöhnen oh man oh man diese Donuts und so ich darf zwar nicht ins Zimmer aber ich kann in die Garage oh toll jetzt habe ich es verpasst jetzt habe ich verpasst wie der Typ gerettet wurde unfassbar Julian danke schön danke Julian was war das denn hm komisch vielleicht ein kleines Tierchen oder so kann ja sein wie jetzt ist er wieder von der Insel weg er wurde gerettet und oh nee jetzt muss er ins Fernsehen und so da werde ich jetzt gar keine los ey das kann doch nicht sein ich habe doch schon wieder irgendwas gehört klopft da jemand an unsere Wand oder so das kann doch nicht sein warte 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 da ist doch irgendjemand in der Garage da ist doch irgendwas umgefallen oder so ich schaue mal lieber nach die anderen sind ja eigentlich alle am schlafen Hannah schläft Emma auch Claudia auch da kann doch irgendwas nicht stimmen oh hmm komisch ich kann niemanden sehen da ist doch keiner wobei was liegt denn da auf dem Boden also die lagen aber nicht da wo ich das letzte Mal hier in der Garage war war das vielleicht Julian kann gar nicht sein Also so eine Unordnung hinterlässt er eigentlich nicht in der Garage. Komisch. Das war ich. Naja gut, ich räume mal lieber auf. Hier scheint aber keiner zu sein. Das Garagentor ist eigentlich auch abgeschlossen. Naja komisch. Ich sollte mir weiter den Film mal anschauen. Ja, scheint irgendwie der Wind oder so gewesen zu sein. Kann ja sein. Der Wind? Niemals. Ich habe doch irgendwas gehört. Da war doch irgendwas. Claudia? Claudia, bist du das? Kann gar nicht sein, die schläft auch. Langsam wird mir das hier aber zu doof. Garagentür zu und ab wieder ins Wohnzimmer. Mein Gehirn spielt mir doch einen Streich oder so. Das kann doch gar nicht sein. Die Geräusche, die ich gehört habe. Dann die Öldosen. Das kann alles gar nicht sein. Scheint irgendwie der Wind oder so gewesen zu sein. Vielleicht pfeift ja auch der Wind. Oh Mann. Papa Vogel kann man aber auch gar nicht aus der Ruhe bringen. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Wie? Jetzt ist der Film schon zu Ende oder was? Oh toll, jetzt habe ich auch den Film verpasst. Klasse, klasse. Ja, vielen Dank. Oh, das Anti-Monster-Spray scheint hier unten nicht mehr zu wirken. Hahaha. Dann weiß ich ja, was zu tun ist. Buh! Hahaha. Hahaha. Hast du Angst? Äh, Claudia? Ist das... Wie? Das ist dein Halloween-Kostüm? Finde ich sehr, sehr stark. Hätte ich nicht gedacht. Aber warum zeigst du mir das jetzt? Oh Mann, nein. Ich bin nicht Mama Vogel. Ich bin nicht die Claudia. Ich bin ein Geist oder ein Monster. Egal, was du willst. Hahaha. Also tut mir leid. Du musst doch jetzt wissen, was du bist. Also ein Monster oder ein Geist. Also ich kann dir da nicht weiterhelfen. Das musst du mir jetzt schon verraten. Aber die Haare und so. Wie hast du das nur so hinbekommen? Das sieht echt, echt aus, muss ich sagen. Ah, schweig still. Wie kannst du es nur wagen, über mich lustig zu machen? Ich bin, ich bin dein, dein schlimmster Albtraum. Das bin ich. Hahaha. Mein schlimmster Albtraum? Ja, das kann sein. Also so siehst du ziemlich, äh, ja, ziemlich, äh, gruselig aus. Ich bin gruselig. Oh nein, hier klappt auch gar nichts mehr im Haus. Hahaha. Ich muss da was Besseres überlegen. Du, Claudia, da du gerade wach bist, kannst du mir vielleicht was zu essen bringen? Also ich glaube, ich schaue mir noch einen Film an. Und irgendwie, äh, habe ich den so ein bisschen verpasst. Was? Niemals. Sowas würde ich niemals machen. Diese Familie. Hahaha. Und was zu trinken wäre super. Danke, Schatzi. So, was schaue ich mir denn jetzt für einen Film an? Oh, was steht denn da im Infotext? Vater sucht Kind. Kind ist in Sydney. In einem Aquarium. Ach, das ist der Film. Den gucken doch immer Hannah, Emma und Julian. Aber sollte ich mir vielleicht auch mal anschauen. Sieht doch ganz lustig aus. Ist das ein Clownfisch? Und ich habe da. Tschüss. Ich habe mich nicht mit meinem Halen nicht cardiniziert.